hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal pc check zu einem neuen video heute widmen wir uns mal wieder nach langer zeit dubaro computersysteme und zwar mit dem gamer pc ryzen 5 5600 x mit rtx 3070 das sind jetzt so die eckdaten wir gehen einfach mal direkt durch das system ist runtergesetzt von 1699 auf 1499 euro und wir schauen mal was da so drin ist erstmal zum bild ja dann müssen wir mal in die seite hier rein gucken ja sehr geiles bild sehr klein auf jeden fall der lüfter ist nicht verbaut das kann ich euch schon mal sagen zu dem rest kann ich euch jetzt nicht so viel sagen weil man halt kaum was erkennt das könnte noch ein anderes mainboard sein die grafikkarte macht wie immer den arsch runter ich empfehle jeden wenn ihr eine grafikkarte einbaut kauft euch bitte eine gpu halterung die kostet so um die 10 20 euro knallt ihr euch da rein das hat der pizza express lot hier vorne nicht so gerne dass der dann runtergezogen wird ansonsten ja viel fähig bis auf den lüfter kann ich jetzt nicht erkennen aber wir gehen einfach mal weiter wir haben als prozessor den amd ryzen 5 5600 x 6 x 3,7 gigahertz wird euch im task manager als zwölf kerne angezeigt also zwölf threads und sechs kerne 4,6 ghz turbo kostet hierbei geil zahls 269 euro bei mindfactory ja was soll ich noch dazu sagen der prozessor ist gut zum zocken zum stream reicht er auch es kommt immer darauf an worüber ihr rendert das sage ich aber so gut wie in jedem video ich würde über diesen prozessor jetzt nicht unbedingt rendern wenn ihr obs einstellt da würde ich eher die grafikkarte für nehmen ich habe bei meinem 5 8er jetzt keine probleme aber ich sehe er kommt irgendwann seine leistungsgrenzen kommt auch immer auf spiel an klare sache aber ich würde euch empfehlen wenn ihr stream wollt macht das über die grafikkarte in dem fall nehmen wir auch den ryzen 5 box mit lüfter weil die halt nur den standard lüfter dabei haben und deswegen packen wir die beiden produkte quasi jetzt in einem in den warenkorb hier steht auch noch mal cpu kühler standard intel amd box lüfter der ist jetzt auch so dabei mainboard gigabyte b 550 gaming x version 2 wir haben das auch schon gigabyte b 550 gaming x v2 ist an und für sich ein grundsolides bord gekühlte spannungswandler vier ram bänke also ihr könnt hinterher noch erweitern verbaut werden davon jetzt nur zwei hier vorne kommt die grafikkarte rein wenn ihr pech habt also der wird definitiv verdeckt vom lüfter kann ich euch so sagen der hier eventuell auch wenn jetzt eine ganz flache karte nehmen zum beispiel eine usb erweiterungskarte oder eine wlan karte dann passt die vielleicht noch dahin ihr könnt da zum beispiel eine capture card anschließen und hier unten dann noch irgendwas was euch beliebt hier oben ist ein m.2 anschluss oder m.2 ich sage jetzt immer m.2 ich weiß es heißt anders m.2 aber ich sage m.2 hier kommt quasi die erste festplatte hin die auch im system drin ist hier unten könnt ihr noch eine zweite erweitern ja grundsolides bord von den anschlüssen her haben wir einmal usb 3.1 dreimal usb 3.0 hier netzwerkanschluss mikrofon kopfhörer line in hdmi und dvi was in dem fall nicht benutzt weil der ryzen keine integrierte grafikeinheit hat das haben nur die mit einem g dahinter zum beispiel der 3400g oder jetzt aktuell in der 5000er reihe gibt es auch welche mit g dahinter die sind aber noch nicht so stark verfügbar auf dem markt dann habt ihr noch zwei mal usb 2.0 und ps-2 anschluss ich persönlich sage wenn ihr damit nur zocken wollt und so man braucht es nicht mehr hier schräg schräg 2 anschluss ich hatte jetzt vor kurzem kommentar ja du musst dafür den end key rollo war braucht man das und so das baut er als zocker kaum ihr könnt das gerne mal googeln das ist für mich aber kein thema deswegen ich erwähne es jetzt nur es ist dabei ja aber man braucht es eigentlich nicht mehr das packen wir für 99 euro bei mindfactory in den wagenkorb als grafikkarte haben wir eine 8 gb nvidia rtx 3070 beliebiger hersteller das heißt für euch ihr wisst nicht was ihr bekommt und ich weiß jetzt auch nicht was ich konfigurieren soll ich nehme jetzt irgendeine in dem fall in die gigabyte geforce rtx 3070 gaming oc 8 gb die ist auch noch leicht übertaktet 849 euro bei case ging packen wir so in den wagenkorb ich zeige euch zum schluss noch mal ein youtube video was die fps angeht ist natürlich jetzt nur so ein standard system was bei youtube gezeichnet das muss nicht zu 100 prozent bei euch zutreffen aber ihr wisst dann zumindest wo ihr fps technisch liegt mit dieser grafikkarte und diesem prozessor als arbeitsspeicher haben wir 16 gb zweimal 8 gb also dual channel ganz wichtig gskill rip jaws 5 ddr4 3600 megahertz da haben sie mal gegönnt es ist dual channel es sind 16 gigabyte was in ordnung ist und es sind die rip jaws 5 gegen die habe ich überhaupt nichts da habe ich noch nie probleme mit habe ich auch schon mal verbaut gar kein ding bei mir sind es immer nur die aegis ich wollte es nur gesagt haben dann war sie auch schon in der 3600 megahertz variante so sehen die auch aus so sah es auch auf dem bild aus deswegen sage ich da ist schon mal kein fake die haben also bei dem bild keinen leuchtenden ram reingebaut der nicht da ist das war auch unbeleuchteter das waren glaube ich sogar die rips auch so wie es aussah von oben für 85 48 bei mindfactory packen wir so in den warenkorb die festplatte ist eine 1 terabyte kingston nv1 m.2 oder m.2 pisa express 3.0 ssd lesegeschwindigkeit 2100 mb die sekunde schreibgeschwindigkeit 1700 mb die sekunde die ist also ungefähr bei der crucial p1 angesiedelt die ich auch immer empfehle deswegen sage ich nur gerade ein terabyte wird erstmal ausreichen da könnt ihr das windows system ein paar spiele drauf installieren wenn er hinterher erweitern wollt könnt ihr das über das mainboard ja tun die anschlüsse sind da ihr könnt noch eine zweite von diesen ssds einbauen oder eine 2,5 zoll ssd oder sogar eine hdd 3,5 zoll 2,5 zoll wie ihr wollt für 91 euro beim mainfactory packen wir so in den warenkorb das netzteil ist ein 750 watt evga supernova 750 gq modulo 80 plus gold gold zertifiziert ist schön 750 watt für dieses system auch völlig ausreichend da könnt ihr hinterher sogar noch ein bisschen erweitern es könnte sogar für eine 30 80 reichen da wird zwar irgendwann eng aber das netzteil ist modular es hat genug luft nach oben für leistungsspitzen von der grafikkarte oder den prozessor überhaupt kein ding 89 euro 90 bei equipper packen wir so in den warenkorb das gehäuse ist ein kolink observatory rgb schwarz kann ich euch von der persönlichen meinung nicht viel zu sagen er hat vorne drei lüfter verbaut hinten ist ein lüfter wie die qualitativ sind wie gesagt hatte ich noch nie in der hand vom design her auch genug platz hier kommt das mainboard rein hier die grafikkarte die hat sogar noch genug raum nach vorne gibt ja gehäuse haben wir vorne noch so ein käfig wo die festplatten reinkommen der ist in dem fall jetzt hier unten das heißt die grafikkarte hat genug platz es gibt ja teilweise bis zu 350 millimeter grafikkarten und die kriegen dann irgendwann probleme wenn hier noch so ein käfig wäre vom luftstrom her ist das auch völlig ausreichend 78 euro 17 bei ebay packen wir so in den warenkorb betriebssystem ist in dem fall nicht dabei bekommt ihr auch bei meinem partner für 14 euro bei cdk deals oder kauft es halt bei geiztals für 26 euro wie ihr möchtet service zwei jahre garantie retourenschein im reklamationsfall das heißt ihr schickt das ding dahin da wird es repariert ich habe jetzt so gehört die brauchen circa eine woche das war jetzt mein letzter stand die mainboard anschlüsse sind wir eben schon darauf eingegangen grafikkarte hat einmal hdmi und dreimal displayport das haben die meisten gehäuse hat nochmal zweimal usb 3.0 und einmal usb 2.0 wird direkt auf dem mainboard angeschlossen einmal noch kopfhörer und mikrofonanschluss dazu bekommt ihr wieder bullshit internet security ein jahr lizenz könnt ihr auch in die tonne kloppen wisst ihr ja und dann wären wir auch schon beim ergebnis hier ist die ssd hier ist der ryzen mit lüfter hier ist der ram speicher grafikkarte das mainboard das gehäuse und das netzteil und da kommen wir auf den gesamtpreis von 1558 euro 22 das system soll kosten 1499 euro das heißt jetzt für euch umkehrschluss das system ist günstiger als würdet ihr die teile selber bestellen und selber zusammenbauen ich sag ja sonst auch manchmal bei mainfactory zusammenbauen lassen da wäre es natürlich noch teurer von der konfiguration her ist es in ordnung kann ich gar nicht drüber meckern und preislich gesehen 50 euro günstiger als würdet ihr selber zusammenbauen also kann ich jetzt nichts schlechtes darüber sagen wirklich nicht ich hätte vielleicht bevor ihr mich jetzt wieder in der luft zerfetzt hätte ich das mainboard getauscht es würde mir von den anschlüssen her nicht genügen und vom design her mag ich es auch nicht so ich hätte jetzt von meiner persönlichen seite gesagt nehmt das gigabyte b 550 aorus pro 2 oder das msi tomahawk wie ihr möchtet ihr seht es ja an den anschlussmöglichkeiten das würde aber wieder 50 euro mehr kosten hier hätten wir es auch mal zum vergleich hier habt ihr wieder vier ram bänke gekühlte spannungswandler die ioblende sieht natürlich besser aus finde ich muss euch nicht zusagen ich finde schöner ihr habt da gekühlte ssd pads obendrauf das muss auch nicht unbedingt sein wenn ihr jetzt nicht terabytes an daten die ganze zeit hin und her schiebt wird ja auch nicht zu heiß und wenn sie zu heiß werden würde taktet sie einfach runter das ist halt bei einer ssd so ihr habt also gekühlt ist jetzt kein muss aber ich wollte es erwähnt haben der slot wird von der grafikkarte sowieso verdeckt und hier unten habt halt nochmal drei anschlüsse wie das andere bord auch ihr habt noch ein paar mehr anschlussmöglichkeiten hier ihr habt sechsmal usb 20 usb 3.2 hier ist nochmal usb c usb 3.2 die sagen usb 3.2 das hier wird 3.0 oder 3.1 sein die blauen hier admi benutzt ihr sowieso nicht ihr habt da dafür aber noch tos link anschluss und 7.1 system anschluss das müsst ihr aber selber wissen ob ihr sowas brauchen ob ihr wirklich so viele usb anschlüsse braucht wenn ich ihn konfigurieren würde für mich würde ich so machen durch das board noch reinnehmen für ein fuß extra ja also alles in allem ich packe euch den link in die beschreibung wenn ihr jetzt gerade ein gaming pc haben wollte der so auf sagen auf hohen einstellungen so um die 100 fps packt in einigen spielen dann ist das die richtige wahl für euch hier kommt jetzt noch mal zu dem angesprochenen in anführungszeichen fps test ich habe mir jetzt einfach ein youtube video rausgesucht genau mit den komponenten also nicht eins zu eins nur halt der prozessor und die grafikkarte die sind gleich der rest ist immer so ein bisschen variabel und dann seht ihr hier jetzt ungefähr die average fps die die in den spielen packen bei call of duty black ops cold war auf high einstellung also alle sind hier auf hoch eingestellt hoch oder epische einstellung eins von beiden ich habe mir die eben einzeln so durchgeklickt habe ich das gesehen also ihr habt ja immer so knapp 100 fps was auch völlig ausreicht erstmal es ist jetzt natürlich so eine sache wenn ihr jetzt her geht ihr habt ein 144 herz monitor dann müsst ihr hergehen und da vielleicht die qualität ein bisschen runterschrauben bei dem spiel dann kriegt ihr diese 144 fps auch überhaupt kein ding nur rechnet damit wenn ihr auf hohen einstellungen spielen wollt werdet ihr diese 144 fps jetzt zumindest in dem spiel jetzt gerade nicht erreicht dann haben wir hier noch gottfall 127 fps im schnitt hier droppt da so ein bisschen je nachdem wie viel action da jetzt im game ist hier haben wir assassin's creed valhalla 78 fps im schnitt ich persönlich sage ab 60 fps ist alles flüssig spielbar es kommen natürlich auch auf den monitor an den ihr habt ein unterschied ist schon zwischen 60 fps und 144 fps oder herz am monitor das ist ganz klar bei watchdogs legion habt ihr so ungefähr 71 fps reicht also auch aus für einige vielleicht noch ganz interessant fortnight da brauchen uns nicht drüber zu unterhalten das läuft gefühlt auf jedem toaster und werbung ja danke ich jetzt immer dasselbe gut das wäre es soweit mit dem system also ich kann es wirklich empfehlen mit einem anderen mainboard vielleicht aber sonst so auch wenn ihr dieses mainboard nehmen kein problem jetzt muss ich noch eine sache ansprechen ich habe von einem zuschauer eine mail bekommen ich habe mein steam schon wieder offen gelassen sehe ich gerade dass er probleme hatte mit seinem system dass der prozessor zu heiß geworden ist in seinem fall war das dieses system mit einem 5600 x und 6700 xt er sagte der wird zu warm beim zocken er hat den support angeschrieben von dubaro und er hat folgendes als antwort bekommen ich blende euch das jetzt ein ich lese es jetzt von meinem anderen monitor mal ab hallo herr punkt 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 ich habe soeben ihre konfiguration geprüft und stellte mit hochgezogener augenbraue fest dass sie sich beim bestellvorgang für die amd box kühlung entschieden haben diese wird die cpu gerade so im saum halten können dass diese nicht abstürzt mehr aber nicht ich würde ihnen dann gerne einen dedizierten cpu kühler zu diesem zweck empfehlen gute ergebnisse erzielen endnutzer mit den produkten von be quiet es würde aber auch ein lc power lüfter genügen auf jeden fall eine größere kühlung ist in meinen augen angesagt wir könnten es auch mit einer fehlerhaften treiber installation zu tun haben schicken sie mir bitte ein bild von ihrem gerätemanager ich sage euch ganz ehrlich wenn ich so eine mail kriegen würde dann würde ich mich zu dem abteilungsleiter durchstellen lassen und würde dem mal erzählen was sein kollege da so schreibt im support wenn ich ein system habe wie auch gerade das da komme ich jetzt noch mal zu wie dieses hier was wir gerade hatten da ist ja auch der box lüfter drin das heißt das teil wird so verkauft dann muss ich mir sagen lassen dass er mit hochgezogener augenbraue erkennen musste dass er sich für diesen lüfter entschieden hat als wenn er sich dafür entschieden also ganz ehrlich wenn ich bei einem fertig pc hersteller was bestelle und das machen meistens leute die vom selber bau keine ahnung haben dann vertraue ich dem händler doch oder dann muss ich doch sagen gut da ist jetzt ein fertig system wie dieses jetzt hier oder auch das andere und da ist das und das drin und der und der lüfter und das müsste ja passen wenn der hersteller das so macht und dann reiben sie dem kunden unter die nase er hätte etwas falsch konfiguriert und er ist selber schuld dass die temperaturen so hoch sind das kann doch nicht sein dass hier ein system angeboten wird der kunde merkt weiß ich kann ich die volle leistung abrufen weil der lüfter das nicht packt und dann wird in den kopf geworfen ja du hast es so gekauft wie wir es zusammengestellt haben ist trotzdem falsch was ist denn das das kann man auch anders sagen man spricht mit kunden anders er hätte sagen können wir haben erkannt in ihrem system dass der an die box lüfter drin ist wir würden ihnen empfehlen eventuell den lüfter zu tauschen bumm fertig aber der macht das so vorwurfsvoll so richtig so ja du bist doch selber schuld du hast doch den box lüfter genommen den wir rein konfiguriert haben jetzt doch wissen müssen dass er zu heiß wird sowas regt mich auch ich habe hier noch ein paar andere sachen in der röhre von agando da werde ich euch in den nächsten videos noch ein bisschen nahe legen also ganz ehrlich sollte das von dubaro jemand sehen ich bitte euch geht mit euren kunden nicht so um formuliert es anders ja der box lüfter der reicht eventuell nicht dann oder schreibt es hier in die empfehlung rein dass ihr dann sagt pass auf es wäre besser wenn du einen big fight lüfter oder so nehmen aber doch nicht so mit hochgezogene augen was ist das denn für eine formulierung naja ja da muss ich jetzt auch noch was zu sagen gerade ich habe ja gesagt ich empfehle das system so konfigurierten anderen lüfter ein weiß das kommt jetzt ein bisschen spät klar aber vielleicht den pure rock 2 silber oder den shadow rock slim irgendwie sowas dann wird dann zwar noch ein bisschen teurer aber habt ihr ruhe was die temperaturen angeht also sowas geht gar nicht die konfigurieren die also die sind sag ich mal zu 80 prozent hier so konfiguriert mit diesem lüfter das kriegt ein kunde problem und dann wird dem vorgeworfen das wäre der falsche ich kann es nicht oft genug sagen tut mir leid ich mich da immer so drüber auf war früher selber selbstständig in diesem bereich wenn kunde zu mir kommt und sagt er hör mal der wird immer so warm was können wir da machen da sage ich hier pass auf gibt dir den lüfter und nicht du bist selber schuld musste erkennen mit hochgezogenen augen brauen dass der lüfter also konfiguriert hier noch ein big fight rein oder irgendetwas anderes was euch hier beliebt und ich würde jetzt sage ich mal den pure rock 2 silber nehmen der wird das schon packen und dann ist das system an sich okay ich wollte nur noch mal angesprochen haben und ich werde das zu agando auch noch ansprechen gut dann vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal lasst einen kommentar da falls ihr auch schon erfahrungen mit du baro gemacht haben positiv oder negativ ist egal däumchen nach oben würde mich freuen abonniert den kanal vielen dank fürs zuschauen auf wiedersehen und ciao ciao bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.